Du bist alleine? Dich haben alle verlassen? Du hast keine Freunde mehr? Das muss nicht sein! Hol dir jetzt! Pepe! Er begleitet dich eine ganze Stunde lang, egal wohin. Ob ihr zusammen esst, ein Nickerchen macht, gegen böse Monster kämpft oder einfach eine Runde schwimmen geht. Pepe ist dabei und wird euch eine ganze Stunde lang nicht im Stich lassen. Pfeif auf deine alten Freunde, die dich nicht verstanden haben, denn Pepe versteht dich. Hol ihn dir jetzt! Pepe hört dir immer zu und ist immer für dich da. Dieser Freund ist unbezahlbar. Hol ihn dir jetzt! Nur jetzt, exklusiv in deiner Garnision. Er sitzt auf einem Baum und wartet auf dich, um dein Freund zu sein. Lass ihn nicht warten! Hol ihn dir jetzt und erlebe das tolle Gefühl, einen Freund zu haben. Du bist nicht allein, denn Pepe ist bei dir. Und da war es um, deinen Freund zu haben. Willkommen in der Zukunft! Willkommen in die Zukunft! their Bis zum nächsten Mal.